So, okay, dann geht's jetzt los. Ich nehm jetzt mal auch mal die Quest hier so an, so. Oh, der hat ja mehrere Quests, oder was? Keine Ahnung. Endeinladung, ja. Okay. Hier den ersten Hüter. Mein Mikro geht grad voll hoch. So, von mir aus können wir anfangen. Ich bin ready for take off. Off. Ja, und was müssen wir jetzt machen? Ich hab keine Ahnung, ich mach drück mal M und dann steht hier hinten in der Ecke, steht findet den ersten Hüter und das andere weiß ich nicht. Ja, da hinten. Wer dann geht, mach halt da mal hin. Rechts oder links, tank, geh voran. Und Tote. Geil, und ich hab schrecklich wieder die Akku. Ja, kann ich aber nix machen, wenn das so ein behindertes System ist, ey. Behind. Oh, Loot. Oh, Loot. Das ist noch einer. Oh. Loot. Hier ist ne Tür, hier ist noch ein Regal. Das lesen wir uns nochmal durch. Oh, da rang drei Alchemie. Was tust du? Da ist noch ein Buch. Hier ist ne Tür. Warum geht die Tür auf? Die geht nicht auf. Hier müssen wir eh lang. Ja, müssen hier runter. Da. Ba, da, 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 da. Mach ich aber einen anderen Skill rein, ey. Ja, mach dir mal einen anderen Skill rein. Boah, die Indie ist ja immer voll mit Mopsch. Hm. Aber die Indie habe ich schon mal irgendwo bei jemandem gesehen. Die ist ganz lustig. Oh, mit Storyline und so, weißt du? Mit Storyline. Mit Storyline. Hm, dann machen wir den. Falscher Knopf. Falscher Knopf. Nein, kein falscher Knopf. Das akzeptiere ich nicht. Irgendwas, ey. Dietrich, ey. Was kommt? Jetzt kommen dann noch mehr. What? What the f... What the f... Boom. Boom. Sterbt endlich. Boom. Ne, machen wir gut Schaden bei dir, gell? Ich habe auch ordentlich zu heilen, diesmal. Ein bisschen die Akku, wenn wir mal endend... Kriegergilde erreicht. Ey, was hast du jetzt vorgesagt? Überleg, was du dir sagst jetzt. Wenn ich am Aufnehmen bin, überleg dir, was du sagst. Du weißt, es schneidest du raus. Ja, ich versuche das. Wenn ich es... Wenn ich dran denke. Oh, ihr kleinen Goblins, ihr kommt her, ey. Ihr kleinen Kunden. Ich exekute euch mal so ein bisschen. Seid froh, dass ich daraus keinen Livestream jetzt gemacht habe. Oh, mein Bufffood ist ja weg. Warum sagt mir denn keiner was? Ich habe nicht mal eins von dir gekriegt, ey. Ich habe ja nur noch Magikar-Zeug. Ja, Rossgelump. Ja, ich habe ja keine Mats. Ja, dann such dir mal. Ja, ich muss ja heute mal wieder farmen. Aber wo müssen wir überhaupt hin? Oh, da runter. Hast du hier gelesen? Was habe ich gelesen? Auf dem Tisch? Ja, ja. Nehmen. Ich bin ja schon der Mats am Mitnehmen. Oh, nein. Aber ich will meine Tasche nicht so voll haben. Ich habe hier nur noch 10 Plätze. Ah, ja. Kartoffeln. Ah, ja. Kartoffeln. Oh, da ist, glaube ich, ein Boss. Ja, es kommt noch gleich... Oh, da kommt noch mal... Ne, das ist, glaube ich... Ja, das ist... Ja. Aber ich weiß nicht, ob... Ja. Zellenspuk? Zellenspuk. Ja, ja, ja. Das passt. Ja, ja, ja. Aber ich pull erst einmal hier die verbandelte... Die kommen eh alle. Die kommen... Jeder mal hier um die Ecke. Die kommen doch eh alle. Egal. Aber dann ist es nicht so ein Kuddel-Muddel, ey. Kuddel-Muddel. Kuddel-Muddel, sagt er. Kuddel-Muddel. Alter, was ist los? Ich bin gerade ein bisschen erschreckt, du. Oh, Zellenspuk. Komm her. Verbrenn dich, ey. Und das war es wieder mit meiner Mana. Stehen wir irgendwie im AE drin? Ich dreh den mal einfach um, so. Ob dat wat bringt? Weiß nicht. Oh, das hat ja jetzt voll funktioniert. Mein Flaschen-Heal. Was macht der mit mir? Er saugt Leben, aber das kann ich nicht unterbrechen. Das war's schon, aber er hat keinen Loot. Besser, ey. Könnt ihr den looten? Ich hab da nur geringe Ding-Steine gekriegt. Jetzt könnt die Story hier weiter. Stimmt, krieg' keinen Loot mehr, aber hier. Overlade. Du bist einer zu OP dafür. Ja, ich weiß schon. Ich bin OP. Ich brauch' keinen Loot. Ich bin OP. Ich brauch' keinen Loot, ich bin OP, Mann, ey. Scheiße auf Loot. Mann, ich bin geil. Super geil. Oh, wie soll man sowas hasse? Ich bin schon stark. Bla, 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 bla. Was tust du gerade? Heilen. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Ah, heilen tust du gerade. Raven, achso. Sehr geil. Sehr geil. Was für geile Stoffschuhe du anhast. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Und? Nö, hier kann ich nicht drauf drehen. Aber vielleicht am nächsten da hinten. Ja, dann zieh' ich. Ja, aber er kann ja irgendjemand ins... Nee, ist ja nicht Sinn der Sache, oder? Ich zieh' den da. Was willst du machen? Den da ziehen. Der war gut. Oh. Ich hol' mir den da hinten her. Ne, warum kann ich den nicht herholen? Hallo? Der Ratsche will ja gar nichts machen. Steh' im AE. Sieht aber besser aus wie eben schon mal. Ich glaube, ich würde das dann so ummodeln müssen. Ich kann den nicht herholen, ne? Den kack mag ich ja da, ey. Verbrenn euch dafür alle hier. Mitkrieg, kack. Yeah, kack. Boons. Fahre, geh' ich. Spür die Macht des Feuers, ey. Da mach' ich auch noch mit. Da mach' ich auch noch mit. Bam, 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 bam. Jetzt hab' ich keinen Mana mehr. Schon vorbei. Schon vorbei mit Mana. Schon Schluss. Schon aus Ende. Schon, schon gut. Haaah. Das war aber freaky. Na geh. Was ist da hinten nicht am leuchten? Was ist das da hinten? Oh, ne Fackel. Da ist ne Urne. Ja, klares Wasser. Was da? Ah, super, klares Wasser. Ey, den wollt' ich gucken. Der geht jetzt weg. Was kannst du haben? Mangarn. Ja, super, ideal. Noch sieben Plätze in der Tasche frei. Oh, hier, Truhe, Truhe. Oh, Pussy. Na, na? Kann ich da drauf bringen? Ja, Steinschalter. Kommt jetzt wieder was in der Mitte? Warte mal, bis ich hier gelootet hab, damit ich auch was sehe. Ja, ein Boss. War nix großartiges drin. Oh, Boss kommt schon. Was ist denn der hier? Das ist ein AE. Ne, ich würd mal so da weggehen. Und jetzt los. Hä? Ist jetzt? Der ist im Stealth irgendwie. Ne, ist ein 2. In Schatten. Okay. Ja, der geht aber wieder weg nachher. Zweit einfach ignorieren? Ich weiß nicht, wie das war. Ne, töten. Sicher? Ja, tötet ihn einfach. Ist doch egal. Hey, geh weg von mir, du blöder Sack. Der leckt an mir. Ich mag das nicht. Glück, ey. Ich mag das nicht, wenn die an mir lecken. Da, 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 die, da, da. Ah, die hat schon ein bisschen mehr in sich, so, gell? Wie die letzten. Ja, die schon. Boah. Zu Lähm. Da, da hat er dich erwischt, ey. Da war ich zu Lähm. Komm her, du. Kannst du mir. Oh. Da war, äh, das ging nicht. Ja, dann heil ihn, äh, dann belebe ihn mal wieder. Ja, aber wenn, dann tut es ein bisschen rum. Heiern. Ich halte es hier. Vor allem, man kann ja nicht einfach so wiederbeleben, gell. Ist ja voll blöd. Doch, doch. Nee. Mit Seelenstein. Loll. One hit. Ja, aber der Seelenstein ist ja, äh, muss ja trotzdem farmen. Ja, und? Ja, wohl kein Ding. Nein, einfach, ich rede von der Rättsfähigkeit an sich. Ach so, das meinst du. Oh. Jetzt solltest du mich aber mal heilen. Ich muss es bei mich heilen. Okay, pass. Ich hab das keinen... Boom. Ja, ja, ich soll alles gleichzeitig machen. Ihn retten, dann mich heilen, dann den heilen und... Ja, Tank ist wichtig. Ja, was mit mir, wenn ich den am Arsch schaffe? Ja, ist nicht wichtig. Also, wenn ich sterbe, ist egal. Ja. Will ich. Was denkst du denn? Mein Inventar ist bestimmt voll, oder? Ja, mein Inventar ist voll. Was für ein Wunder. Geil. Ich hab wieder so einen... ...ollen Bogen gefunden, ey. Mit der Robin-Jerisch-Reiche drin. Ja. Lebt wohl. Oh, aber keine Böden hier. Lebt wohl. Haut rinnen. Boah, ey, die Inni hat es aber echt in sich, gell? Ja. Vielleicht hätte man doch da lieber einen fetten Mann geholt. Nö. Nö. Wenn alle nicht spielen. Bhabal. Bhabal. Bobadibad Toto Diti. Badibidio. Badibidibidibidibidi. Bitte, bitte. Verkackt. Verkackt, 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 verkackt. Soll's verkacken, soll's verkacken, soll's verkacken. Verkac? Du. kack doch nicht beim kisten aufmachen doch wohle leichte rüstung schmeiß die ganzen haltreinke mal hier weg und so ein scheiß und so ein scheiß alter das interessiert mich gar nicht haben jetzt eigentlich so viel mehr ip gekriegt hast du dir wenigstens mal dran gedacht den ring anzuziehen müssen wir den beide anhaben oder nur einer reicht das dann ich habe angezogen warte mal hier guckt hier da 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 mit landierung heiratet stirb du luder stirb lehrer sack das das wäre schön lehrer sack das wäre schön was würde ich dafür geben für den leeren sack den würde ich mehr in die wand nageln oder halt ich habe schon wieder alles voll mann da hinten ist so ein fetter golem ja das ist der endboss aber warte mal warte mal warte mal warte mal warte mal ich komme erst noch ja das ist der endboss ich wusste auch nicht was der konnte hier kann man nicht mal ein raus sie ohne dass der boss direkt mit ja ich glaube das ist ein bug weil früher konnte du wenigstens nur gruppen pullen also kleine gruppen hier hast du ja fast die ganze indie am arsch warum krieg ich dich nicht hochgeheilt die scum penner hier auch noch rumgammeln auch dort genau wo ich die und die zieler alt dann hilft zu uns noch wenigstens zumal weglaufen müssen so ein bisschen und versucht man zu oder töte zu fies ganz ich kann ja hinten ziehen der robben für die scum beim bruder jetzt nicht einfach wenn er sich in stein wo ist denn der robben überhaupt weil ich bin ja gerade am hochrennen ich bin dem boss nehme ich wieder schön mit dann gehe ich mal hier in die mitte kannst du ihn retten sonst mache ich es ich habe auch keine kriegen gesehen stellen mehr das ist natürlich bitter boah der spawnt ja immer noch skelett dann keide ich den halt jetzt dann keide ich den tot wenn ich es schaffe und zu sterben dabei natürlich dachte robben natürlich nicht bei sterben schafft ihr schon die augen muss das kennt das die enttäglich stehen ja tut mir leid du warst du über eifrig hoch ein mob gepult das scheiße noch gemacht alles in der sich tausend kilometer vom boss entfernt worden na komm das müssen sie echt noch fixen das ist ja echt schwul ein mob ziehen und dann brüßt das ganze in ihr sooo bämm stirb du du da ja das gibt's doch ohne oder klatsch nun aber noch nicht der entwurf sicher wenn wir jetzt ein erfolgsbekommen was soll die da hinten ich bin hochfest der raumsignal das sieht nicht untot aus nämlich doch da was soll das hier gerade für den Anfall was war das? was hat er mit dir gemacht? er hat mich gehettet die Drecks oh weg da weg da oh movement 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 ich bin aber im movement krüppel und jetzt jetzt voll ey deswegen hab ich extra heiler gemacht warum ist der jetzt hat der schon wieder full life ey weg da weg da jetzt weiß ich warum die das rollen hier ins spiel reingebracht haben mit ausdauer die ist schon wieder voll geheilt ich glaube wir müssen in der Mitte irgendwas drücken kann das sein weil ich glaube das nicht dass das so richtig ist ich glaube es auch nicht ich glaube währenddessen der das macht muss einer ein bisschen in die Mitte drücken gehen oder da kommt so ein Ball angeflogen vielleicht musst du den weghauen kann man den angreifen? weiß ich nicht der ist nämlich schon wieder voll mal gucken ob wir den angreifen können wie den ist weg vom Tor ey also wie gesagt wir sind blind in das Ding hier reingegangen nur so in der kann man ihn angreifen oder muss ich ihn weglotsen davon weil dann passiert das immer guck ne man kann nichts drücken wow 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 ich stehe mitten drin Hilfe man kann die Dinger kaputt machen ey macht schön die Bälle kaputt ey oh ich kann ihn mit dem Cast angreifen gut Leute das sieht schlecht aus ich hab kein Mana mehr was? dann kill du mal so einen Ball ja ich kann nicht casten auf den dann wenn ich dann verständlich mein Mana und ich brauche mein Mana wie du siehst oh nein jetzt ist wieder Mana weg ein bisschen so null Ausdauer ey waren wir sehr schwul auf jeden Fall was wir machen sieht schon mal sehr gut aus ja ohne Ausdauer ist das echt kacke ey wo ist die Kugel denn? keine Ahnung ich sehe sie gerade ich glaube wir machen da echt was falsch vielleicht dürfen wir gar nicht erst getroffen werden davon also nicht lang getroffen werden so weniger Leben kriegt der glaube ich ja die Kugel heilt ihn wenn wir die Kugel einsam kriegen wir Leben da hinten kommen wieder eine ja ok Robin klärt ey Robin der Hunter der hat's truf deswegen haben wir auch einen DD dabei einen DD enthängen und einen Heiler da kommt wieder was oder? warum trifft der mich denn hier oben drauf? das sind wir Noobs Alter voll lange rum überlegt also nicht vergessen wir also wir sind hier rein ohne voriges Wissen ja also blind ja man mother fucker und was hat er drin? nix crap lass uns doch da drin liegen ey das ist ja echt ein Witz ja er ist ein Level Level 13er also 12er bis 15er von daher man könnte ruhig schon Epics sein oder? ja ja dicke Epics dicke Epics ist ja was besonderes drin big asses mal warten bis er hier den binden sieht aus wie so ein Indianer ey humianer alter kennst du humianer? humianer? humianer ich geh kein bock da drauf wo können wir jetzt Kresset geben ey? keine Ahnung ich hab nur mal das ist hier gleich wir müssen uns Geschwafel anhören wartet darauf dass der Hüter bla 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 zu unendlicher Gefangnis kann ich ihn auch töten? äh anscheinend habt ihr gewonnen hier scheint sind die Tage der Freiheit des alten Rieges vorbei ich dachte ihr sagtet dass dieses Schwein nicht sprechen könnte er sollte nicht in der Lage sein zusammenhängende Gedanken zu formulieren wir müssen ihn vorsichtig beobachten endlich haben wir es geschafft es gab noch wenigstens einen Fertigkeitspunkt ja das war leider ein bisschen blind blind losgemacht hier aber wir haben sie am Ende am Ende waren wir trotzdem die geilsten und haben es geschafft und ja das war es dann der Checker von Mekka alter so Schluss aus Ende bis zum nächsten Mal.